Alles muss ein Investment sein. Das heutige Thema ist Investition. Am Sonntagmorgen, den 12. April, erwachte meine Frau aus einem wirklich tiefen Schlaf. Und als sie erwachte, sprach eine Stimme zu ihr. Du musst aufhören, deine Gedanken, deine Zeit und dein Geld auszugeben. Alles muss im Leben ein Investment sein. Sie schrieb es nieder und ging zur Bibliothek, um nachzuschauen, was der genaue Unterschied zwischen Ausgabe und Investment ist. Das Wörterbuch definiert Ausgabe als Verschwendung, Verwirtschaften, keine Gewinnmaximierung. Investment dagegen bedeutet Ausgabe mit einem bestimmten Zweck, wo ein Gewinn erwartet wird. Dann begann ich den Satz zu analysieren. Du musst aufhören, deine Gedanken, deine Zeit und dein Geld auszugeben. Alles im Leben muss ein Investment sein. Als ich darüber nachdachte, erkannte ich, dass der entscheidende Moment im Hier und Jetzt liegt. Alles muss durch das Portal der Gegenwart passieren und der Zustand, in dem ich im Hier und Jetzt verweile, beeinflusst nicht meine Vergangenheit, sondern meine Zukunft. Was ich im Hier und Jetzt mache, ist der entscheidende Faktor, wie es im Epheserbrief geschrieben steht. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Das Wort Licht bedeutet Bewusstsein. Deshalb manifestiert sich der Bewusstseinszustand, in dem ich beständig verweile. Eine Manifestation ist nicht mehr als ein Sichtbarwerden des Bewusstseinszustandes, in dem ich gegenwärtig verweile. In jedem Moment stellt sich die Frage, investiere oder verschwende ich? Die meisten Menschen verschwenden ihre Gedanken, weil sie morgens, mittags und abends in einem negativen Zustand leben, wo sie keinen Gewinn erwarten können. Wenn sie stattdessen ihre Gedanken investieren würden, dann hätten sie am Ende des Tages einen Gewinn erwirtschaftet. Der religiöse Mensch investiert meistens am Sonntagmorgen. Während des Gebets erhebt er sich für einen Moment und wenn er nicht kritisch gegenüber der Kirche ist, dann wird er von der Hymne, dem Orchester und den Gesängen getragen. Für diesen Moment investiert er, doch die restliche Woche verschwendet er. Nun, aus Erfahrung wissen wir, dass wenn wir unser gesamtes Geld in eine große Firma stecken, kann es wunderbar sein. Aber am Ende eines Jahres können sich die Konzernchefs dazu entscheiden, dass es Zeit für Umstrukturierungsmaßnahmen ist. Sie kürzen die Dividenden und wenn wir von der Dividende abhängig sind, obwohl es ein solides Unternehmen ist, dann müssen wir entweder etwas verkaufen oder uns Geld leihen, damit wir unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Um diese Art von Investment geht es nicht, sondern der vollkommenen Annahme, dass es so eintreffen wird, wie wir es definieren. Wenn du dich dazu entscheidest, in jedem Moment konstruktiv zu denken, indem du nichts akzeptierst, das nicht zur Erfüllung deiner Träume passt, egal was es ist, es könnte der deutlichste Gegenbeweis sein, dann, dann investierst du. Wenn du das machst, Ablehnung, Gleichgültigkeit, völlige Nichtannahme und nur das hörst und siehst, was du sehen und hören willst, dann ist es ein Investment. Es kommt nicht darauf an, was du siehst oder hörst, sondern was du für wahr hältst. Wenn du es als wahr annimmst, dann investierst du durch die Akzeptanz des neuen Bewusstseinszustandes. Diese Offenbarung, die durch meine Frau kam, ist die größte, die ich jemals hörte. Ich kann dir nicht sagen, was es für mich bedeutete, denn seitdem ich es hörte, bin ich mir mit dem gegenwärtigen Moment noch bewusster. Jeden Moment überlege ich, ob ich meine Gedanken, meine Zeit oder mein Geld verschwende oder investiere. Ich muss investieren. Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden. Die Zeit verschwindet nicht, sondern sie formt meine Zukunft, um mich entweder mit der Verschwendung zu konfrontieren oder mich mit dem Investment zu segnen. Wenn ich es für einen bestimmten Zweck investiere und einen Gewinn erwarte, dann erhalte ich diesen. Ein Investment in diesen gegenwärtigen Moment kann dir morgen deine Dividende bringen. Nun möchte ich dir eine Geschichte erzählen von Jimmy Fuller. Ich habe nicht mehr alle Details im Kopf, aber als ich die Geschichte erzählte, meinten die Zuhörer, dass er über ein großes Startkapital verfügt hätte müssen, damit er solch ein Vermögen machen konnte. Ich konnte die Behauptung weder bestätigen noch leugnen, denn sie hatten gesprochen, als ob sie es wüssten und fast hätten sie mich überzeugt. Freitagnacht fragte ich ihn, ob er mir mehr Details erzählen könnte, wie er zu diesem Vermögen gekommen ist. Er sagte, als du vor vier Jahren hierher kamst, Neville, besuchte ich deinen Vortrag. Meine Frau hat mich gefragt, warum ich deinen Vortrag besuchen will. Sie fragte mich, wer mir von Neville erzählte. Ich sagte, dass ich das Radio anhatte und ich hörte die Show von Dr. Bales. Ich hatte noch nie von diesem Mann gehört. Am Ende seiner Show, die mir sehr gefallen hatte, sagte er, dass Neville für einen Vortrag kommt und es wäre ein Muss. Ich fand die Show so gut, dass ich sie mehrere Nächte verfolgte und immer wieder logte er Neville und ich dachte mir, ich muss diesen Mann hören. Ich besuchte den Vortrag und genießte es. Am Ende des Vortrages sagtest du, dass du am nächsten Abend einen weiteren Vortrag hältst und der Eintritt beträgt zwei Dollar. Ich hatte 54 Dollar. Ich hatte eine Frau und einen kleinen Jungen und wir konnten das Kind nicht allein lassen, denn es war noch ein Baby. Das bedeutete, wir brauchten einen Babysitter. Wir nahmen unser letztes Geld und besuchten jeden Vortrag, doch an einem Abend hatten wir nicht genügend Geld, um noch einen Babysitter zu bezahlen. Drei Jahre später konnte ich deine Theorie nicht widerlegen. Du kanntest mein Problem. Ich gehe davon aus, dass hier vielleicht jemand ist, der sein Problem nicht kennt. Dieser Mann war ein Schwarzer und sein Problem war, dass er glaubte, die Welt wäre gegen ihn wegen seiner Hautfarbe. Ich überzeugte ihn davon, dass es an seinem Selbstbild lag. Er akzeptierte den Widerstand und deshalb erfuhr er eben diesen Widerstand wieder und wieder. Doch wenn er sein Selbstbild verändern könnte, sodass ihm die Hautfarbe egal ist, dann könnte er seinen Traum verwirklichen. Im letzten Jahr erwirtschaftete Jimmy Fuller 250.000 Dollar. Er investierte. Als er begann, hatte er keinen Cent. Er konnte kein Kapital investieren, denn er hatte es nicht. Er konnte nur Gottes Münze investieren. Gott gab es ihm. Gott gab ihm den Moment. Er gab ihm die Zeit. Statt dass er seine Gedanken oder seine Zeit verschwendet hat, was die meisten Menschen getan haben, investierte er in das Hier und Jetzt, obwohl er kein Geld hatte. Er investierte in seine Gedanken, in sein Selbstbild, denn er wusste, dass dies seine Zukunft formt. Und so kam es. Es ging so weit, dass er mir erzählte, dass alles, was er anfasste, zu Gold wurde. Nun, er hatte drei Kinder und jeden Sonntag kommen sie hierher. Er möchte nicht, dass seine Kinder mit den gleichen Ängsten und Sorgen aufwachsen. Jeden Sonntag würde er gern an den Strand gehen oder einen Ausflug machen, aber er tut es nicht, weil er möchte, dass seine Kinder eine Zukunft haben, die er nicht hatte. Er sagte, Meine Familie und Freunde waren sehr religiös, aber sie mussten einen sehr armen Gott gehabt haben, denn sie waren in der Armut gefangen. Deshalb gehe ich nicht einmal in die Nähe der Kirschen, wo meine Mutter und meine Brüder sind, denn ich kann nicht an einen Gott glauben, der uns so etwas antut. Hier in der Science of Mind Kirche fühlen meine Kinder Liebe. Gott ist Liebe. Und hier werden sie von Liebe umgeben und sie kennen nichts als Liebe. Einmal war meine jüngste Tochter schwer krank und die kleinen Jungen sprachen ihr Gebet. Dies waren ihre Worte. Danke dir Gott, dass unsere Schwester morgen perfekt ist. Neville, es war ein Wunder. Am nächsten Tag war sie perfekt. Es gab kein Zeichen mehr, dass sie krank war. All die Symptome waren verschwunden. Mein Sohn wollte eine Uhr. Ich gab sie ihm nicht. Ich hatte ihn tausend Uhren kaufen können, doch ich wollte, dass er eine Lektion lernt. Ich wollte, dass er ein Gesetz kennenlernt, das ich erst sehr spät lernte. Er fixierte die Uhr in seinem Geist und er sprach von der Uhr, als würde sie leben. Eine, die tickt. Eine, die echt ist. Keine Spielzeuguhr. Er fühlte seinen Geist mit dem Wunsch, eine eigene Uhr zu besitzen. Auf dem Weg zur Schule fand er eine lebende Uhr. Nun kennt er das Gesetz, dass sich die vollkommene Annahme eines Bewusstseinszustandes in der Außenwelt manifestieren muss. Um meine Uhr zu besitzen, musste er nicht zu seinem Vater kommen, sondern das Gesetz nutzen. Ich wollte nicht, dass er jemals in den Glauben aufwächst, dass nur durch seine Mutter oder durch seinen Vater die Dinge in sein Leben kommen. Ich wollte ihm zeigen, dass es einen unendlichen Vater gibt, der Vater von uns allen, der ihnen es gibt, so wie er mir gibt. Ich will, dass es meine Kinder genauso lernen, wie ich es gelernt habe. Ja, ich könnte ihnen mit Geschenken überhäufen, doch dann würde er glauben, dass ich die einzige Ursache für alles wäre. Und das möchte ich nicht. Dann erzählte er mir die ganzen wundervollen Dinge, die in seinem Leben geschehen sind, weil er das Gesetz nutzte. Er sagte, ich fahre einen Cadillac und ich habe es ohne Aufwand erhalten. Ich saß ruhig in meinem Wohnzimmer und fuhr meinen Cadillac. Ich habe mich nicht bemüht. Ich habe es lediglich akzeptiert und dann habe ich eines Tages drei Telefongespräche geführt und genau an diesem Tag fuhr ich dieses Auto. Jetzt passiert alles einfach so. Heute gehe ich nicht in mein Büro, um dort zu arbeiten, sondern ich arbeite hinter den Kulissen. Ich sitze den ganzen Tag und höre den positiven Bericht von meinen Angestellten. Mein ganzes Büropersonal muss mir gute Nachrichten erzählen, denn das ist das Einzige, was ich mir erlaube zu hören. Ich fahre mein Auto, ich bin im Büro, aber ich höre nur gute Nachrichten. Selten gehe ich körperlich ins Büro, sondern ich bin hinter den Kulissen. Ich habe meine Hautfarbe völlig vergessen. Ich bin gesegnet und ich bin stolz, ein Schwarzer zu sein. Ich bin stolz, denn ich bin eins. Und nun eine Geschichte, die wohl alle interessiert. Er sagte, Ich hatte ein Vermögen zu disponieren. Ich hatte ein paar Dinge im Investment für diejenigen, die Geld hatten und so habe ich dafür geworben. Und ein Mann rief mich an. Er sah die Anzeige und fragte mich, ob ich der Herr wäre. Ich sagte ihm, dass ich der Eigentümer bin. Das Erste, was er zu mir sagte, ich will kein Negereigentum. Ich habe nicht geantwortet, als hätte ich es nicht gehört. Wenn er voreingenommen sein möchte, dann soll er es. Es ist sein Recht. Er will dumm sein. Das ist sein Recht. Er kann verschwenden. Er muss nicht investieren. Also sagte ich, Es ist vollkommen in Ordnung, Sir. Ich habe alle Arten von Eigentum und viele Dinge für Investitionen. Eine Woche später rief er mich erneut an und sagte, Würden Sie mich besuchen kommen? Ich bin zu ihm gegangen und als ich aus dem Wagen stieg, zitterten seine Knie. Denn er hat nicht damit gerechnet, dass ich ein Schwarzer bin und ein Neger ging seine Treppe hinauf und in sein Wohnzimmer. Innerhalb kürzester Zeit kaufte er mein Eigentum für 37.000 Dollar. Er sagte zu mir, die ersten 25.000 Dollar zahlte er, damit er seine Ehre zurückgewann und die restlichen 12.000 Dollar, weil es ein gutes Investment ist. Seitdem investiert er Unmengen in meine Firma und bedankt sich regelmäßig für die gewinnbringenden Angebote. Dieser Mann ist nun stolz, ein Schwarzer zu sein. Er hat keine Vorurteile, denn das ist eine Verschwendung seiner Zeit. Lass uns in Harmonie mit der Offenbarung leben. Lass uns aufhören, dass wir unsere Gedanken, unsere Zeit und unser Geld verschwenden. Alles in unserem Leben muss ein Investment sein. Wir kennen die Wahrheit. Ich habe dir gesagt, dass alles ein Ausdruck deines Bewusstseins ist. Alles, was du für wahr annimmst, wird sich entfalten und deine Welt formen. All deine zukünftigen Lebensumstände werden deinen gegenwärtigen Bewusstseinszustand bezeugen. Wenn dir deine Lebensumstände nicht gefallen, dann höre auf mit der Verschwendung und lerne die Kunst des Investierens. Denn jeder Moment ist eine Möglichkeit für Investitionen und nicht für Verschwendungen. Wir sind frei. Wir haben die Freiheit, jede Minute unseres Lebens zu verschwenden. Wir sind freie Wesen. Wir können alles verschwenden. Wir brauchen nicht zu investieren. Doch wenn du weißt, dass du investieren kannst, warum nicht den klügeren Weg wählen? Uns wird im 30. Kapitel des 5. Buches Mose gesagt, dieses Gebot, auf das ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine Kraft und ist nicht fern von dir. Nein, das Wort ist ganz nah bei dir. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Du kannst es halten. Doch die Entscheidung liegt bei uns. Wir können frei wählen. Er gibt uns in diesem gegenwärtigen Moment ein Gebot. Er spricht das Gebot genau vor uns aus. Es ist nicht fern von uns. Es ist im Hier und Jetzt in unserem Herzen. Ich kann das Urteil akzeptieren, dass du mich nicht magst. Es spielt keine Rolle. Vielleicht liebst du mich auch. Aber wenn ich das Urteil, dass du mich nicht magst, akzeptiere, dann mag ich nicht die Lehren hören, denn dann verschwende ich meine Zeit. Morgen wirst du mir zeigen, ob du deine Zeit verschwendet hast oder nicht, je nachdem, wie du dich verhältst. Doch, falls du meine Lehren wertschätzt, weil du sie testest, dann würde ich keine Zweifel haben, dass du diese Lehre gewissenhaft umsetzt. Ich kann das Leben oder den Tod wählen. Ich kann das Gute oder das Böse wählen, denn ich bin frei. Es ist meine eigene Entscheidung. Aber wenn du die Lehre annimmst und es glaubst, dann bist du klüger als die meisten Menschen. Du wirst deine Gedanken, deine Zeit und dein Geld investieren und nicht verschwenden. Du wirst für einen bestimmten Zweck deine gesamte Energie investieren und belohnt werden. Werde dir in jedem Moment bewusst, was du machst. Wenn ich davon ausgehe, dass ich ein wohlhabender, gesegneter, wunderbarer Mensch bin, wenn mein Vater stolz auf mich ist und ich nichts akzeptiere, das gegen diese Annahme spricht, dann wird mein Wunsch erfüllt. Ich werde sehen, dass ich in Sicherheit bin, auch wenn die Welt mir das Gegenteil zeigt, denn ich investiere meine Gedanken. Alles, was ich annehme und glaube, wird sich manifestieren. Wenn ich also nun jeden Moment nutze und investiere, obwohl es meine Sinne verneinen und auch mein Verstand verleugnet und ich trotzdem in meiner Annahme verweile, unabhängig, ob es sich schon morgen oder übermorgen manifestiert, dann werde ich nur gute Nachrichten hören. Ich weiß, dass es eine Investition ist und dass die Dividende kommen muss. Es muss geschehen. Das ist das Gesetz des Seins. Nehme es in dein Herz. Du brauchst kein Geld und jeder, der meint, er musste doch Geld dazu haben. Hm. Ich erzähle Ihnen nun die ganze Geschichte. Jimmy hatte kein Geld. Er hatte nur 54 Dollar und er investierte das Geld, um meine Vorträge zu besuchen, auch wenn er den Babysitter nicht mehr bezahlen konnte. Er hatte kein Geld und nun hat er genügend davon, doch du brauchst nicht mal einmal 54 Dollar. Alles, was du benötigst, ist Zeit und die hast du jetzt. Du kannst deine Gedanken wählen. Also anstatt deine Zeit und deine Gedanken jetzt zu verschwenden, beginne sie zu investieren, genau in diesem Moment, wo du diesen Vortrag hörst und dir sagst, dass du danach anfängst oder morgen oder übermorgen. Ich sage dir, beginne jetzt in diesem Moment. Der Gedanke verschwindet nicht, sondern er manifestiert sich als unsere zukünftigen Lebensumstände. Das ist unser Moment, was wir hören und sehen, wie wir darauf reagieren. Das passiert alles im Hier und Jetzt und gibt meinen morgigen Tag vor. Deshalb wiederhole ich es. In der Bibel wird uns gesagt, ich bin die Tür und ich bin ist Gegenwart, nicht ich war die Tür oder ich werde die Tür sein. Ich bin die Tür. Ich bin die Wiederauferstehung. Was ich in der Gegenwart denke und fühle, verschwindet nicht einfach, sondern es bestimmt den Ausgang meiner Zukunft. Es muss meine zukünftige Gegenwart durchqueren und wird mich entweder mit Problemen konfrontieren oder mich erfüllen. Verschwende nicht, sondern investiere. Verweile in jedem Moment in deinem neuen Selbstbild und ich verspreche dir eine wunderschöne, gesunde und erfüllte Zukunft. Eine Frau kam heute zu mir und sagte mir, Neville, du hast es so klar und deutlich zusammengefasst, ich habe es noch nie so gesehen und du brachtest mir diese großartige Offenbarung, als du von dem Unterschied zwischen über das Ende nachdenken und vom Ende herausdenken zeigtest. Doch obwohl du es hervorgehoben hast, habe ich es noch nicht ganz verstanden. Okay, ich werde es nochmal erklären. Ich sagte, wenn ein Mensch die Kunst des richtigen Denkens vom Ende aus erlernen würde, dann ist er der Meister seines Schicksals. Denn er definiert das Ende, er setzt sich ein Ziel und er fühlt sich in das Endergebnis hinein. Deshalb denkt er aus dem Ende heraus und nicht nur über das Ende nach. Die meisten Menschen definieren ihre Träume und schauen aus der Ferne darauf. Es bleibt ein entfernter Punkt in Raum und Zeit. Der kluge Mensch absorbiert den Bewusstseinszustand seines Verlangens, sodass er aus diesem Zustand herausdenkt. Er ist die Persönlichkeit, die er werden will. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich stehe vor den Zuhörern und wenn ich diesen Raum beschreiben würde, dann aus diesem Blickwinkel heraus, denn ich stehe auf der Bühne. Du sitzt im Publikum und siehst den Vortrag aus deinem Blickwinkel. Du siehst mich auf der Bühne. Wir sehen beide diesen Raum, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich würde es aus meiner Sicht definieren und du aus deiner Sicht. Wenn ich aber ein Zuhörer sein möchte, dann würde ich davon ausgehen, dass ich dort sitze, wo du sitzt und würde diesen Raum aus deiner Perspektive sehen. Ich würde die Bühne sehen und nicht das Publikum. Ich würde den Raum aus dieser Position beschreiben, aus diesem Bewusstseinszustand. Wenn diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen für Sicherheit und Unsicherheit stehen würden, dann würde ich den Zustand der Sicherheit annehmen und in diesem Zustand verweilen. Und um diese Annahme zu belegen, würde ich meine Welt aus diesem neuen Blickwinkel beschreiben. Ich würde die Sicherheit erfüllen. Falls ich jedoch weiterhin das Gefühl der Unsicherheit in mir trage, dann habe ich es nicht geschafft, in dem neuen Bewusstseinszustand zu verweilen und ihn anzunehmen. Ich denke nicht vom Ende heraus, sondern ich denke lediglich über das Ende nach. Ich bin in meinem Bewusstseinszustand der Unsicherheit und schaue aus der Ferne auf den Bewusstseinszustand der Sicherheit. Ich manifestiere nicht, was ich will, sondern was ich bin. Ich hoffe, es wird deutlich, weshalb es so wichtig ist, vom Ende heraus zu denken. Die Welt aus dem neuen Bewusstseinszustand zu sehen. Das Ende perfekt zu definieren. Schau dir deine Welt an und setze dir ein Ziel und dann frage dich, wie wäre es, wenn es wahr wäre und ich im Hier und Jetzt den neuen Bewusstseinszustand verkörpere? Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass es jetzt und hier so ist? Und als Antwort auf diese Frage entsteht ein Gefühl. Ein Gefühl, das mit dem Ende harmoniert. Lerne aus dem Ende heraus zu denken, obwohl es deine Sinne, dein Verstand und alle anderen Menschen ablehnen. Verweile in dem neuen Bewusstseinszustand. Verweile in deinem perfekten Ende. Jetzt investierst du und es wird sich in der Zukunft manifestieren. Ich möchte noch einen weiteren Punkt klarstellen. Jimmy Fuller sagte mir, dass es der Auslöser seines Erfolgs war. Wenn die Handlung der Innenwelt mit der Handlung der Außenwelt übereinstimmt, dann werden wir unseren Wunsch realisieren. Wir haben zwei Seiten, den inneren Menschen und den äußeren Menschen. Wenn ich jetzt hier sitze und meinen Körper entspanne, dann stelle ich mir vor, was ich erleben werde, wenn mein Wunsch bereits erfüllt ist. Und dann wiederhole ich das Erlebnis immer und immer wieder, bis meine Innenwelt mit der Außenwelt harmoniert. Denn nur dann kann sich der Wunsch manifestieren. Wenn deine Innenwelt ein Abbild deiner imaginativen Außenwelt wird, dann verspreche ich dir, dass es in der Realität eintreffen wird. Keine Macht kann es aufhalten, wenn sich beide Welten vereinigen. Doch lasse es immer aus der Innenwelt geschehen. Lasse nicht zu, dass die Außenwelt deine Innenwelt formt, sondern erschaffe dir deine eigene imaginative Außenwelt, erlebe es und verschmelze damit. Und das üben wir nun. Immer wenn wir unsere Vorstellungskraft gezielt nutzen, dann spricht Gott zu uns. Wir sitzen in der Dunkelheit und entspannen vollkommen. Wir hören nur die Dinge, die für uns eine gute Nachricht bedeuten. Wir schauen in die Dunkelheit und sehen nur die Dinge, die wir sehen wollen. Wir investieren in diesen zwei Minuten. Wir nehmen diese zwei Minuten und investieren unsere Gedanken und unsere Zeit für diesen Moment. Wenn das Licht gedimmt wird, dann schaue und höre so, wie du hören und sehen würdest, wenn dein Wunsch bereits erfüllt ist. Damit erfüllen wir die Offenbarung, die meine Frau gehört hatte, als eine Stimme zu ihr sagte, du musst aufhören, deine Zeit, deine Gedanken und dein Geld zu verschwenden. Alles im Leben muss ein Investment sein. Lasse diese zwei Minuten deine größte Investition sein. Untertitelung des ZDF,